Irgendwie ist heute gar nichts los. Viele Alzen sind einfach weg. Ah, die leveln hier. Nein, ich geh weg. Ich bin weg. Scheiß. Ja toll. Hilft mir doch. Ja, ja. Immer auf die Schwachen. Das ist immer so lustig. Ich hab nen Schachen gesehen. Ich muss ihn töten, sonst tötet er mich. Bussy Gaming 2000. Over 9000. Ich bin schon wieder tot. Das dritte Tod. Das dritte Mal tot. Nein. Diese Sürden, sie sind gemein zu unterlevelgen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich den Arsch zeigen? Ja, ich zeig denen mal das Arsch. Was? Let's rage. Bogen. Äh. Gib mir mal den besten Bogen, den du hast. Ja, Marsch. Rebarium. Weiß ich nicht. Gehen wir mal zum anderen. Dieses Fort. Oh, das ist Sürden. Wir gehen zum Wald. Mir ist das jetzt ein bisschen zu blöd. Die Sürden greifen einfach mal mit Übermacht an und denken, sie sind die Böschten. Ja, ja. Blöder Geist. Du hast so viel Damage. Spinnst du? Welches Level hast du? Wahrscheinlich ungefähr 45, weil ich war da ja mit dem Magier und die waren glaube ich blau. Oder grün, weiß ich jetzt auch nicht. So, aber für heute ist leider Schluss. Ich mag nicht immer sterben. Mir ist das ein bisschen zu dumm. Dafür gibt es dann, wenn ich Level 60 bin, natürlich mehr. Jeden Tag Reichsslacht und mit euch zusammen. Ja, das wird einen Heiden Spass machen. Aber wie gesagt, ihr kommt und mit mir levelt und alles möglich. Desto schneller geht es, desto besser kenne ich euch und desto besser kann ich euch helfen. Alles weiter. Und ja. Aber es muss der erste erst mal kommen. Es ist wahrscheinlich die ersten, nachdem die alten weggegangen sind. Also nicht die ersten, aber fast die ersten. Und da habt ihr sicher einen super Bonus drauf, wenn ihr mehr ein bisschen unterstützen könntet. Ich kann euch auch unterstützen natürlich. Wenn ihr mal neu seid in Rechnung und ihr wollt gerne, ja, ein bisschen schneller an mein Level kommen. Oder sogar höher. Da kann ich euch gerne helfen. Müsst einfach bei Valhalla das Alcius Reich betreten. Und ja. Mich anschreiben und der Draco Basler. Wie da oben geschrieben. So leicht ist das. So. Wie hier. Wir müssen nach Hobstadt, ja. Machen wir die Quests mal. Hier jetzt Stahlpfeil. Okay. Guter Name. Passt zu Skyrim. Da haben die auch immer so Namen, die an Kriegswaffen und so andauern. oder Kriegsgeborene und Graumäne, da an dieser Quest bin ich gerade, obwohl ich jetzt diesmal das Kaiserreich, also Al-Mani, von uns oder wie das heisst, Eiter getreten bin und nicht den Sturmmänteln, ähm, habe ich mich, ja, für die gute Seite, für die Sturmmäntel entschieden, diese Quest, es ist gut, man hat zu viel Freienheiten, weil irgendwie die anderen Kampfgewonnen lassen mich nicht mal ins Haus, wahrscheinlich ist die Quest auch gar nicht für die Kampfgeborenen, und ja, das ist richtig geil, also mir macht es wieder gigantisch viel Spaß, Skyrim zu spielen, und wahrscheinlich werde ich bald mal wieder Let's Playen mit neuen Mods und so, ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, aber lange gehalten hat es leider nie, wenn einfach zu viele Skyrim Let's Play unterwegs sind, also auf YouTube kursieren, dann werden meine nicht gefunden und so, aber wenn ihr möchtet, gerne, einfach nicht jetzt, jetzt bin ich mit Skyrim und so beschäftigt, aber sicher bald, uns Absen müssen schon näher sein, sonst bringt es nichts, so also gehen wir, gehen, gehen wir nach Monroe terrain, gehen wir hier unten durch Entente, entente, entente. Entente, entente. Ja, eine Gelder habe ich jetzt momentan auch noch nicht. Um eine eigene zu gründen, brauche ich acht Mitglieder. Die wollen dann Gelder gründen und eine Million Gold oder zwei Millionen, keine Ahnung. Aber vor allem sehr viel kostet das. Müde und krank, boah, nervt mich das. Ich will doch let's playen, verstehst du es nicht, Körper? Oh, schon fast 2000 Leben. Geht das schnell jetzt in diesen Levels? Schattenfehler, Lichtfehler. Das ganze Spiel hat ein wenig Problem. Geht das schnell. Donatello. Eine für den Turtles. Quatsch. Quatsch, Quatsch. Oh, gibt's hier viele Quests. Sehr schön. Wir müssen mal hier nach oben. Und abschließen, bitte. Schließt die Quest ab. Mach sie nicht weiter. Ja. Nach Bäcker müssen. Nach Bäcker müssen. Hier unten. Ne. Da müssen wir auf den Pferd steigen. Und hier. Hoch. Hier drinnen. Hier drinnen. Muss man nicht die Schwerte anklicken. Das ist ein Antikest. Ne. Hier drinnen. Irgendwo ist da einer. Au. Habe ich mich versehen. Ah, ja. Wahrscheinlich war das alles Schlagzeichen... äh, Schlagzeichen. Falsch. Oh, hohohoho! Regnum! Ja, gehen wir nach Birka. Birka. Ja! Ja! Ganz genau! Ich hab mich so schwer verletzt. Das könnt ihr nicht fassen. 150 Schaden. Geht's noch? Come on, hier hoch. Ich mach einfach mal einen geraden Weg nach Birka. Egal wie viele Berge es kommen. Ja. Sehr gut. Geht's wieder runter irgendwo. So, und hier ist das Portal. Wir wollen rein. Wir wollen rein. Zwei. Ja. Keine Herausforderung. Ja, hier sind die Sockel, die reingehen. Einer ist schon drin. Das ist aber unser. Wasser. Ja. Ja. Geht's wieder runter. Oh, Gestein. So. Ah, hier ist schon der Tome. Mit einem Teleskop. Mit einem Teleskop. Mit einem Teleskop. Mit einem Teleskop. Ja. Mit einer Grünen? た